Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Outdoors mit mir, jetzt fahr ich, wo ist das Ding, hier, versteckte Reichstimme, die Wassersage, sprich wahrscheinlich von dem Monument über den großen Becken, da werde ich jetzt mal hindriven. Jetzt hier so einen schönen Aussichtspunkt, wo man nicht jetzt hier Fotos, Foto-Modus machen muss. Guck mal, so Foto-Modus sieht das alles anders aus, aber okay. Abwärts. Und wieder rüber. Ja, am Finger. Ja. Ich glaube, ich habe es geschafft. Habe ich mir das alles nur eingebildet? Nein. Da kann es bestimmt etwas. Das ist komisch. Scheint weg zu sein. Nichts. Habe ich mir das alles nur eingebildet? Eingewind. Okay, sie ist weg! Aufgepasst! Irgendwas stimmt da nicht. Da hinz lebe, heute besser mal die Augen. Na gut, Nix. Hol sie dir. Halt die Augen auf. Tub dich aus, Nix. Was? Mann, jetzt nutzt es leid, hier. Ja, wo? Äh? Soll ich es jetzt hier mit E2 hochziehen? Hier geht's hoch. Muggeln, äh, 70. Muggeln, äh, 70. Oh. Könnte ich mich da rüberschwingen? Oh, hier oben war. Oh, hier oben war. Äh? Hä? Jetzt? Bin ich hier irgendwie falsch? Nicht gut. Hä? Ich habe mich festgefahren. Aber wo geht es denn hier lang? So. Alter, da ist die Kiste. Hier Wack befindet sich im See. Hier ist die Kiste. Da war ich ja schon mal in der Nähe. Hier ist die Kiste. Warum fliegt die sofort von diesem Teil herunter? Der Kessel. Ich bin jetzt mal auf dieser anderen Insel. Komme ich da von der Seite auch rein? Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Hier ist ein Handschlauch. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ein Bruchgerät, um Alarmanlagen auszuschalten und komplette Sicherheitssysteme zu umgehen. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Hier drüben. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ich bin jetzt mal auf der Seite auch rein. Ok. Ok. Nix, jetzt kein Nux. Irgendwie ist sie gefangen. Da hinten lief einer. Was siehst du? Ist hier jemand? Verstanden? Gebrüsch. Ich hab mal gegen 6 Jabas gekämpft mit bloßen Händen. Die sind klein aber haben miese Tricks drauf. Was? Hier eröffne ich das Feuer. Siehst du was? Da ist ein Lande. Nix. Auf das Fass da. Sehr gut. Kann nicht gut sein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Etwas Abwechslung wäre es nicht recht für mich. Hier solltest du nicht schwimmen gehen. Da lauert fieses Zeug im Wasser. Hm. Hm. Alles sauber. Lass uns das hochjagen. Alles sauber. Oh. 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 Gott ist noch da oben. Ich wollte da nicht runter. Palsender? Entschuldigung. Hm. Imps. Jawohl. Ich werde die Augen offen halten. Da ist ne Kamera. Da ist jede Menge Ärgernix. Okay. Hier ist die Kamera. Das war es. Zum Beispiel. Das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch. 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 Das stimmt doch.